Ja und somit ein stilles Herzlich Willkommen zurück bei Kuhlmann, Let's Plays und mehr. Ja, wir haben hier eine Höhle gefunden und in dieser Höhle hat es Rohstoff. Und was ist, was wir die ganze Zeit suchen? Rohstoff. Yes. Und jetzt schauen wir mal, woher das führt. Andere Seite. Okay, gut. Nein. Uiuiui. Jetzt hatten wir ein Schwein. Jetzt hatten wir aber ein anderes Schwein. So. Nein. Ah. Hoppala. Und jetzt, wo wir runtergefallen sind, müssen wir natürlich danach wieder einen Weg rausfinden. Und da hat es Kerzen. Und da hat es eine Mine. Wie geil ist denn das? So. Eine Mine. Led Ore, Silver Ore, hier hat es jenes Zeug, Lavaströme. Und Spinnennetz. Wunderschön. Und das sieht man natürlich nach einem sehr, sehr grossen System hier aus. Und darum setzen wir hier ganz kurz einen Waypoint am Anfang. Was wir dann hier nennen. Ähm... Erste Mine. So. Perfekt. Das machen wir in dieser grossigen Farbe. Das ist gut. Aber ich will nicht, dass man es sieht. Von daher gehen wir es weg. Oder? Das heißt, wir sind jetzt hier. Und da geht es dann noch weiter runter. Kupfer Ore. Und da tönt es schon ein paar festen Lava. Shiny Ore. Hey, da hat es einfach alles. Ich bin im Himmel. Schön. Schön. Und dann würde ich doch sagen, fangen wir doch hier gerade alles an anbauen. Sehr gut. Da hat es für uns ein Erz und zwar nicht wenig. Sehr cool. Kohle. Alles. Und weisst du, was das coolste ist? Für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich war wieder ein Böse. Ich habe einen zweiten Rucksack gemacht. Und ja, ich gebe es zu. Auch diesmal habe ich wieder Kühe verwendet. Aber eben. Spezielle Situationen verwendet, äh, benötigen spezielle Lösungen. So. So und das. Wieso nimmst du das nicht mit? Ja. Also, dann schauen wir mal. Sind wir da wieder voll. Dann, äh, machen wir doch mal den Blick hier rein. Was haben wir denn da? Rotes Granit. Feröses Erz. Das ist neu, glaube ich. Gelorium und Shiny haben wir auch noch nicht gefunden bisher. Granit. Granit, Granit, Granit. Das ist okay. Der andere Rucksack ist ja schon relativ voll. Weil wir sind nicht erst seit 1-2 Minuten unterwegs. Und ich habe mal geschaut. Ich denke, ich habe noch zwei Vierer-Stacks Cheezys dabei. Bedeutet. Ich kann, glaube ich, noch rechtes Zeitchen da unterwegs sein. Wasser. Noch mehr Höhlen. Ah, Redstone. Lapis. Und da. Hallo? Okay. Ui, ui, ui. Wahnsinn. So, schauen wir da. Nehmen wir alles mit, natürlich. Auch Redstone. Immer wieder ein gängsehniger Gast in meinem Rucksack. Ähm, wir müssen sie so machen. Und zwar... Ähm... Nein, die wollte ich eigentlich weg rühren. So. Gut. Was ist da? Zinnabar Ore. Da habe ich noch nicht herausgefunden, für was es ist. Aber schauen wir mal da unten. Das sieht schön aus. Led Ore. Wieso nicht? Silber. Nehmen wir auch mit. So. Ähm... Was lassen wir da? So. So sollte das gehen. Da hinten geht es noch weiter. Bis da. Okay. Interessant. 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 Wunderbar. Und ja. Ich verspreche euch. Bald. Bald ist es Zeit. Bald ist es Zeit. Und wir tun... Dementsprechend dann... Ähm... Wirklich... Mal anfangen auch mit dem Monster eingeschaltet zu spielen. So. Was haben wir da noch? Sonst noch irgendetwas. Bright Green. Können wir ausrühren. Poppies. Können wir auch ausrühren. Den Rest halten wir doch mal. Wie sieht es da aus? Das können wir da oben stecken sehr wahrscheinlich. Dann haben wir das. Kommotiten tun wir auch mal weg. Gravel. Ja Gravel können wir vielleicht noch brauchen. Lead or Baltimore. Da zieht Cobblestone weg. Red Granite weg. Dirt. Oakwood. Dirt. Ja jetzt würde das eigentlich genügen. Und was haben wir da noch? Theoret. Von diesem Zeug haben wir so viel zuhause. Gut. Und jetzt probieren wir etwas Mutiges. Mal schauen woher wir da kommen. Zu einem anderen... Wasserfall. Und da hätten wir jetzt schon mal alles dicht gemacht. Was ist das da? Zinn. Okay. Ja wieso nicht? Nehmen wir mit. So und Kohle natürlich auch. So und da... So schön alles abrasieren. Ah perfekt das noch mehr. So. Da ist ja richtig viel. Redstone. Nehmen wir alles. Sehr gut. Sehr gut. Ja mit zwei Rucksäcken lohnt sich so ein Ausflug umso mehr. Aber äh... Was ich finde, was wir wenig finden ist äh... Eisen. So. 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 Da geht es ja noch... in andere Richtungen weiter vorher vorher. So. 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 Aha. Das noch mal holen. Ah, das ist wahrscheinlich der andere Lava-Strom. Was haben wir jetzt da? So, haben wir das hier getroffen? Du hast es für unser Herz. Aber wie es mir eins ist, ich sage es dir. So, oh. So. 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 Wah, knapp. Sehr knapp. Wah, heftig. So, warte an. Zack, zack. Zumachen da. So, jetzt ist es besser, he? Also, wir sind immer noch in dieser riesen Schlucht unten, he? Ich sehe das. Ich sehe das. So, da hat es mal wieder ein bisschen. XP-Büsch nehmen wir natürlich auch Seegär mit. Seegär mit. So. So, wunderbar. So, dann nehmen wir das hier mit. Dann noch mal die Kerzen rein und dann müssen wir hier nochmal aufräumen. Also, was haben wir jetzt da? Das ist sicher nein. Yellow Reed. Äh, wie sieht es aus mit Silber? Silber haben wir nicht. Gut. Alles durchgetestet. Dann gehen wir da wieder raus und machen den hier. So. 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 Wir 확인 haben hier, die Zertus Quads, können wir den Hef Prioriten. Und den Rest.... Ist eigentlich okay soweit. Sehr gut. Jetzt haben wir hier den Redstone ... Wunderbar! Okay, was haben wir denn da? Hallo? Sehr gut. Aber, da müssen wir rauf haben, also jetzt schauen wir mal, das ist eine Rieseschlucht, unglaublich. Also, jetzt bauen wir da mal ein bisschen ab. Sehr gut. So. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir nehmen es mit. Ja, also es ist halt wirklich eine Grabfolge. Ich hoffe, dich langweilt das da nicht. Das jenes Zeug, das wir noch einpacken können, dann ist da irgendwo wieder Wasser. Also. Zuerst beginnen wir mit dem hier vorne, oder? So. Was. Licht. Cool. Hey. Lachen wir mal, was wir da kriegen. Ja. Elf. Wow. Sehr cool. Was ist das da? Malachite. Keine Ahnung. Aluminium können wir wieder runternehmen. Für uns ein Erd haben wir 9. Siehst du noch etwas? Nein. Ist gut. Dann da. Gut. Dann da nochmal so. Also. Ja. Sehr gut. Dann. So. So. Das ist etwas. Un purrle, un purrle, un purrle. Un purrle. Un purrle, un purrle. Un purrle. Also da? So, da ist ein Statur, oder? Oh, Wasser! Also von da bin ich gekommen, das wäre dann so zurück. Oh, dann war es so. Okay. So, in der CMX, genau. Das ist hier, genau. Hier darf man nicht graben. Gut. Mhm. Wenn ich jetzt nur wusste, wo wir runterfallen sind. Das ist nicht da. Aha. Aha. Gave ich da ganz etwas Neues da. Ui, was ist denn da alles? Jengstens. Aha. Gut, dann kommen wir hier wieder raus. Wir räumen hier mal auf. Ähm. Aluminium können wir rufen, Sinn nicht. Ähm, sonst können wir eigentlich nichts hier rufen, hm? Okay. Das können wir rufen, das passt. Wie lehad? Das kann man rufen tun. Ja, es wird langsam knapp, ja. So, alles nehmen wir mit, alles. So, alles nehmen wir mit, B, so. Ja, und was man da noch alles findet, all Materialien und Steine, glaube ich, das werden wir in der nächsten Folge fertig schauen, weil es geht doch noch ein Augenblick. So, jetzt ist das italienische Lied wieder. Augenblick. So, schon besser. Schau mal, was man da alles findet. Also, was nehmen wir denn da? Led Ore, das ist okay. Das können wir mal ausrühren. Dirt. Die 6 können wir ausrühren, das können wir ausrühren. So. Die 6 können wir ausrühren, das können wir ausrühren. Da hinne. Geht's auch nicht weiter? Nehmen wir doch alles mit. Super. Super. Sind wir da hinten gewesen? Super. Da hat es noch mehr so etwas. Fertig. So. Aha. Alles mal genau anschauen, dann schlafen wir hier ein Zinn raus. So, und gegen was rühren wir das jetzt raus? Gegen das, schön. Dann haben wir hier nochmal Silber. So, hätten wir das auch alles mitgenommen. So, da, da hoch geht es noch. Aha. Silber. Gut, hat sich schon gelohnt. Also, dann ist das da so. 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 Was haben wir denn da noch? Kupfer? So. 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 Das ist ein gutes Zeichen. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schauen wir vorsichtig. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo, irgendwann, irgendwie raus. Heftig. Kupfer bis zum Abwinken. Ah, schau mal da. Hey, das ist es. Das siehst du vorschnellt. So. So. So, sag mal. So. 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 So.